So Leute, es geht jetzt wieder weiter mit Ninja Gaiden 3. Ja, wir sind immer noch in dieser komischen virtuellen Welt, in diesem komischen Schmerer, oder wie sich das Gerät auch an sich nennt. Wir sollten jetzt einen Weg suchen. Oh, wir sollen jetzt da wieder hin. Also, einmal da hin. Oh. Oh. Da will jemand uns helfen. Recht nett. Haha. Okay, dann danke für deine Hilfe. Oh nein. Oh Mist. Ihr verdammt Mistkerle. Habe ich nur so einen Typen umgebracht, aber ich werde ihn rächen dafür. Keine Sorge. Ihr sollt ja auch ahnen, dass es ein Hinterhalt denn hier wird. Boah. Yes. Das ist aber ziemlich echt, wo es eigentlich virtuell da irgendwie was sein soll. Ich weiß nicht, wie viel er denn jetzt in den Outfall mitnimmt. Oh, schon so zwei, drei Leute hat er mitgenommen. Oder alle. Ich weiß nicht, ob er der letzte Überlebende ist. Zack. So. Oh nein, jetzt kommen diese komischen Priester. Die ich ja so ja nicht mag. Die finde ich ja echt abtötend. Tötend. See you. Chimp. Bin, chimp. Bin, chimp. Bin, 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 bin. Yeah. Trissfire. Oh nein. Oh, komm. Die halten aber ganz schön viel aus. Obwohl ich ja ganz schön viel rumschlitze bei denen. Oha. Na gut, ihr wollt es ja nicht anders. Ultimative Attacke. Und dann aktiviere ich auch gleich meinen Nympho. Oh. Okay. Ah ja, da kommen immer weitere. Es ist auch hier so. Langsam nervt das mit den Armen. Ah, Mann. Wir müssen nach da lang, okay. Komm schon, Rio. Ach, schasset auch. Geht mir aus den Weg. Ah. Ich höre mal die Stimmen. Ich muss da durch. Was ist da mit der Kamera? Soll ich die wirklich töten? Hat sich da etwas aktiviert? Oh, die Kamera ist gerade richtig blöd. Da sollen wir hin? Ich weiß, was er niemals. W 되는데 ist ja egal. Was ist da mit dem Lied? Was ist da mit dem Lied? Was ist da mit dem Lied? Wo ich Servele, was da mit dem Lied? Also da repeats. Okay, jetzt gehen wir wohl mit ihr raus, weil das ist kein Ort für sie. Da ist sie ja. Blöde Tröße. Deine Frisur ist auch scheiße. Die mag keiner. Oh, wie toll sie sich fühlt. Oh nein. Nein. Komm schon, Kana. Wir laufen jetzt zum Aufzug. Nein. Lasst mich in Ruhe. Keine Sorge, ich bring dich jetzt hier raus. Oh oh. Nicht hingucken. Das sind ganz böse Gestalten, die darfst du nicht ansehen. Jetzt rechne ich den Blut für deine Kindheit. Oh. Nein. Mutierte. Ein ganzes Labor von solchen Viechern. Die auch. Oh. Oh man. Oh. Oh. Oh man. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wow Ezo Oh, yeah Wow Alter Was ist das für ein Viech? Ist hier irgendwie auf Schnelligkeit passiert oder was? Aua, ah, ah, ah Autsch, lass mich hier wohl Komische Komisches Viech Ich mag die nicht Ja Sehr schön Komischen Polygonischen Materialien, was du bestehst Genau Und noch ein bisschen Sci-Fi, passt auch schon Wow Chimere nennt man das? Achso, ja, klar Aua Was ist das, ey? Komische Schlangen-Dingern da Das kennen wir ja irgendwoher Nein Oh, lass das doch Du bist fies Nein Nein Scheiße Puh Sie bewegt sich ziemlich schnell Also kein leichter Gegner schon wieder, ey Hier Ja Ja, jetzt hat sie sowas Wow Wir müssen aber ziemlich aufpassen jetzt Wow 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 Ja 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 Wie hat sie Sind alle jetzt irgendwie kaputt gegangen? Zerplatzt? Sieht irgendwie danach aus, ne? Na gut, dann gehen wir mal da weiter Im nächsten Raum Da ist sie ja Na, was hast du als nächstes vor? Uah Nein Uah Ich hab immer noch das legendäre Drachenblut Uah Nein Ohohoho Ey, chill mal Chill, baby Nein, aua Riesenfäusten da Äh, äh So, deine Arme müssen wieder ab Ach, jetzt hast du wieder deine normalen Arme Oh, du kannst sogar auswählen, oder was? Scheiß über deinen Super-Mutant zu sein, ey Aua Ja, ey Du, ich hab keine Erbarben Ja, jetzt hat sie wieder ihre blöden Chemie, der Dinger Komische Schlangenarme Nein Oh, warum kann ich nicht das abblocken? Das ver- das kapier ich halt nicht Aber egal Wir müssen einfach der Ei da drauf machen Uah Na, komm Komm, versuch's Ja, jetzt hat sie wieder diese Höhöhöhö Bigfoot Hände Aua Shit, aua Das tut weh Überall Blut hier Was machst du auch für eine Sauerei, eh? Tut mir leid, jetzt hat sie wieder ihre Chimera-Hände Aber irgendwie zerplatzen immer mehr hier diese Testinger Ich glaube, der absorbiert sich auch die Energie davon Ah, Mann Ah Jetzt muss ich mal alles absorbieren Nein, 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 nein Aua Ja, jetzt hat sie wieder was absorbiert Aber mal ernsthaft, sie kann doch nicht so viel aushalten Komm her Nein Was soll das? Ah, ich will mich beißen Aber wir finden das ja noch zum Glück Und ihr Kopf ist ab Hm, lecker Das war schon ein harter Gegner Oh, was passiert jetzt? Natürlich muss wieder alles kaputt gehen Starpon Was ist das? Hau ab von mir So, jetzt ist der Kopf gespaltet Ich denke mal, das war es jetzt auch für sie Ja, Pech gehabt, Miststück So, jetzt hauen wir schnell ab hier Nein Nein Hau ab von mir Nein, 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 nein Boah Oh, ich habe noch geschafft Oh, ich habe noch geschafft Schnell, 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 Rio Boah Noch geschafft Okay Toll Ja, wir sind auch noch so schön geschafft Und dann Werden wir hier auch noch Äh, ja, verhaftet Betten Sie Tag 4 Gesprengte Ketten Äh Ja Machen wir mal da drauf Ja, dann gucken wir mal Äh, wo wir hinkommen William Harrison Na Na, wo gehen wir hin Ah, okay Nordpazifik, der irgendwo USS William Harrison Pazifischer Ozean Pazifischer Ozean Pazifischer Ozean Es gibt Oh, dass Tja, hm, was sagt man dazu, seit wir jetzt unsere Operation einstellen? Ah, das ist Rio. Ohne Maske. Ohne Maske, ja, muss ich dich für dichDEN, also auf die Krüft. Ohne Maske. Ja, möchtest du mit der Krüft auch sein? Ja, wir sind das auch kein Ärger. Ihr Freund war der Klyph und Kanna, und sie wurden zwei. Die Frau ist ein Song. Es gab eine Situation. Ich habe meine Frau und mein Vater verloren. Die Schocken. Ich habe mich durch den einen Jahr geholfen. Kanna! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Papa? Einmal, Kanna! Was ist das? Kanna... Keine Angst. Entschuldigung. Was ist das? Nein... Ich habe nicht gedacht. Ich habe nicht gedacht. Ich habe nicht gedacht. Hey, ihr euch! Wir sehen uns! Ja, okay. Es läuft ja schon mehrere Minuten. Aber ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und wenn ihr weitersehen wollt, dann schaltet einfach beim nächsten Part rein. Ich würde mich drüber freuen. Bewertet, wie es euch gefallen hat. Oh, das war echt Hammer, ey. Ja, und... Ich werde gleich hier kurz einen Cut machen. Dann geht es danach weiter. Und wenn ihr im nächsten Part reinschaltet, würde ich mich drüber freuen. Also, danke noch schön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Gerhard Tobi und ciao! Bam! Caste! Aben 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 Aben